Ich schaue mir das noch mal kurz an von Dark War. Und ja, das ist dieses blöde Airship. Äh. Komm, Blue, spiele es. Ja, ich komme da nicht, ich komme da vielleicht ein, zwei Sprünge und das war's. So weit komme ich. Ja. Wollt ihr das jetzt wirklich sehen, wie ich das tausendmal spiele? Ja, das ist alles so frameperfekt. Äh. Äh. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ich weiß nicht. Also ich müsste ja eigentlich diesen Pilz kriegen, ne? Damit ich weiterkomme. Aber ich komme nicht weiter. Das ist das Problem. Überleg mal, was für ein Highlight das wäre, wenn du jetzt Dark Horse Level schaffen würdest. Hehehe. Oh, das ist das will ja schon, dass ich das seit Jahren spiele, aber ich kriege den Pilz nicht. Du musst am Anfang halt warten, bis du noch geschleuert wirst. Ach so. Okay. Woher soll ich das wissen? Ah. Wie gemein. Hier rein, okay. Äh, ja. Wieder Spinjumpen. Ist das, ist das eine einfachere Version? Weil ich, ich habe das ein bisschen schwieriger in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Danke. Da Spinjumpen. Hä? Doch, das ist definitiv eine einfachere Version. Ja, das ist definitiv eine einfachere Version. Das könnte ich sogar schaffen, Leute. Nö? Echt? Oder hat sich mein Skill so stark verbessert, dass ich es nie wirklich versucht habe? Doch, ich habe es ungefähr 10 Minuten versucht. Aber es hat nicht funktioniert. Das kriege ich, wenn ich dieses Level abschließe. Das kriege ich, wenn ich dieses Level abschließe. Ein Kuss. Aber nicht von dir. Von dir nicht. Von Anna kriege ich von Anna einen Kuss. Jetzt kriege ich das nicht mehr. 30 Euro. Das ist eine Ansage. Oh Gott. 100 Euro, aber erst am Ende des Monats. Und vielleicht nur einen Kuss. Nur vielleicht einen Kuss. Okay. Bin ich traurig. Mit Spaß. Ach komm ey. Nein. Ja gut, Stern. Stern ist okay. Ich kriege jetzt nicht mal den ersten Sprung hin. Warum geht er nicht mehr? Es geht um 100 Euro. Es geht um Geld. Aber das kriege ich nicht so schnell hin. Das kriege ich nicht so schnell hin. Und einen Kuss. Ja, und der Kuss. Beides nehme ich gerne. Warum kriege ich das nicht mehr hin? Das ist doch schon geschafft. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr geht. Oh. Ne. Ja okay. Jetzt war ich nicht vorbereitet. Und je mehr du dich aufregst, umso schwerer wird das. Versuche nochmal 50. Da zählt jemand mit. Markus zählt mit. Das ist unfair. So. Wir kommen mal wieder weiter. Da auch wieder Framed Perfect. Wer weiß. Ne. Da kann man doch nicht salzig werden. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Es gibt sicherlich keinen Checkpoint. Ja. Die ersten 7 Sekunden. Ich habe glaube ich schon 12 Sekunden geschafft. Was ist denn der Rekord? An dem Rekord kann man es glaube ich gut abschätzen. Wie lang dieses Level geht. Ja. 67 Sekunden. Ja. Aber. Ne. Ne. Okay. Markus hat nicht mitgezählt. Das waren in der kurzen Zeit sicherlich keine 50 Versuche. Glaube ich nicht. Glaube ich muss. Ich muss. Ich muss wirklich spät springen. Es funktioniert nicht mehr. Das hat vorher echt gut funktioniert eigentlich. Aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Okay. Recht früh springen glaube ich. Oh mein Gott. Und hier dann weiß ich nicht. Wo muss ich da springen? Dieser erste Sprung funktioniert nicht. Er funktioniert häufiger. Aber dann kommt der scheiß Sprung. Und ich glaube hier muss ich auch super früh abspringen. Nicht so früh. Oh Mann. Ey. Ich wollte ja eigentlich 100 Mario Changes machen. Jetzt mache ich das hier. Aber es wäre schon cool wenn ich das schaffe. Es geht um 100 Euro. Um 130 Euro. Um 132 Euro. Und um einen Kurs. Eine Runde Mitleid. Äh. Ne. Ich schaffe das nicht. Weil es geht ja so weiter. Ach. Da sind auch unsichtbare Blöcke. Ah. Okay. Okay. Und einen feuchten Händedruck. Äh. Ich will keine verschwitzten Hände auf der Gamescom grüßen. Ich dachte anfangs das Level wird auf normal gelistet. Ach was. Das dachtest du nicht. Das dachtest du nicht. Dago. Blubel einen heißen Blujob. Ja. Den habe ich mir verdient. Den habe ich mir verdient. Sagen wir 150. Oh Gott. Das ist unmöglich. Oh Gott. Aber es wäre ein Erfolgserlebnis wenn ich das schaffen würde. Sagen wir es mal so. Denk an den Kurs. Okay. So. Und jetzt hier rein. Okay. Oh. Neues. Neuer Abschnitt. Neuer Abschnitt. Okay. Ich glaube hier kann ich einfach rennen. Seit wann zockst du das Level? Noch gar nicht mal so lange. Er ist so. Weiß nicht. 10 Minuten. 15 Minuten. Ich weiß nicht. Ich sterbe ja alle paar Sekunden. Mann. Dieser erste Sprung halt direkt. Ne. Der ist ja schon scheiße. Der ist richtig scheiße. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. So früh wie möglich. Okay. Und jetzt. Hier hoch. Und jetzt hier einfach rennen. Ja. Oh. 53 Sekunden noch. Ja. Und da kommt ein Triple Jump. Komm. Ach komm ey. Der ist schon 100 Mal abgebrochen. Ich eigentlich auch. Aber so weit war ich noch nie. Das wird langweilig. Das wird langweilig. Ja. Ich weiß nicht. Aber die Zuschauerzahl. Die steigt. Also so langweilig kann es ja gar nicht sein. Wenn die Zuschauerzahl steigt. 7 Sekunden am Ende. Sind aber echt geschenkt. Dark War will mich triggern. So. Voll durchziehen. Ja. Okay. Gut. Dann die zweite Tür. Die ist auch leicht. Ich denke sie ist leicht. Aber sie ist nicht leicht. Ah. Ich fühle mich schon irgendwie getriggert. Das jetzt doch irgendwie zu schaffen. Dann kann mich Dark War auch nicht mehr nerven. Mit diesem Level. Aber vielleicht baut er dann ein neues. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Nicht auf Gedanken kommen. Nicht auf gewisse Gedanken kommen. So. Und jetzt Triple Jump. Eins. Zwei. Drei. Und jetzt. Panzer. Okay. Okay. Ah. Ich glaube da war. Äh. Ne. Ne. Okay. Power Block. Ah. Ich muss. Okay. Okay. Egal. Egal. Das passt. Ich habe jetzt Zeit. zu üben. Quasi. Und hier dann so hoch. Oder hier mit einem Triple Jump dann hoch. Okay. Okay. Das ist eigentlich auch machbar. Tatsächlich. Und. Muss man das öffnen? Das muss man halt öffnen. Ah. Ne. Okay. Okay. Ich glaube das ist okay. So. Okay. Dann was werfen. Alles klar. Und jetzt. Was muss ich jetzt machen? Hätte ich den Helm jetzt nehmen müssen? Oder hätte ich da auf Spin jumpen müssen? Wolle durchziehen mit Panzer in der Hand und dann die Lücke treffen. Was? Das ist ein Ausnahmezustand. Und dieser scheiß erste Stelle. So jetzt. Okay. Und da die Lücke treffen. Das sieht man halt wieder nicht. Und falls jemand Neues auf dem Kanal. Könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Würde mich freuen. Und wer in dem Stream noch keinen Daumen nach oben gegeben hat. Würde mich auch sehr freuen. Und da rutscht der da runter. Wie geht's? Seht man das nicht? Richtig Moment spinnen nach der folgenden Tür. Richtig Moment spinnen. Das sagt mir halt nichts wenn ich nichts gesehen habe. Ach fuck. Also ein Triple Jump. Ich weiß nicht. Also eigentlich soll man hier ein Triple Jump machen. Aber irgendwie mache ich da keinen. Macht mir gerade so viel Spaß. Dass ich anfange noch so ein Level zu bauen. Jetzt denke ich mir. Wenn ich das Level schaffe. Dann macht Dark World noch ein Level. Das mindert eigentlich meine Motivation. Hier dieses Level abzuschließen. Okay. Und dann im richtigen Moment spinnen. Okay. Das war. Das war nicht so geplant. Dark World zerstört deinen Geburtstag. So ein bisschen. Kein Spaß. Denk an den Kuss. Ja das mache ich. Fuck. Gibt es den Kuss da mit Videobeweis? Das glaube ich nicht. Jetzt voll durchziehen. Falken. Jetzt kommt wieder der Scheiß. Check das nicht. Wo muss ich da abschmeißen? Ich leide und die Zuschauerzahl steigt. Ne. Ich leide und die Zuschauerzahl. Die Zuschauerzahl. Die steigt natürlich. Das ist klar. Das F-Wort. Ja das kann noch häufiger kommen. Von wem eigentlich den Kuss? Ach. Von Anne. Und vielleicht auch von einigen anderen. Wer weiß. Aber vielleicht auch von dir. Vielleicht auch von dir. Vielleicht auch von. Von Iphien. Oh. Und vielleicht auch von. Weiß ich. Wer ist noch da? Der volljährig ist. Oder die volljährig ist. Fluffy. Ja Fluffy ist bestimmt noch da. Fluffy ist bestimmt auch da. Oh Gott. Von Fluffy kriege ich auch einen Kuss. Grüß sie. Ja ist auch da. Da sind einige da. So. Und was ist das? Nach der Tür spinnen. Nach der Tür spinnen. Natürlich. Okay. Aber ich habe wieder ein Stück geschafft. Und von Honey kriege ich auch einen Kuss. Und für den BRK auch. Okay. Ah. Und Spinjumpen. Jawohl. Und jetzt ein Timing. Ja und jetzt. Was zur Hölle? Okay. Jetzt muss ich hier Spinjumpen. Was? Was soll das? Hier sind viele volljährige Mädels. Von allen kriege ich einen Kuss. Von allen zusammen. Auf der Gamescom. Auf die Backe. Und das wird fotografiert. Oh Gott. Das wäre ein Foto. Das wäre ein Fuchfuchzone. Alle gleichzeitig. Ja alle gleichzeitig. Warum macht der da keinen Bandsprung? Ja. Fick diese Scheiße. Und hier ist die Tür des Todes. So und hier muss ich Spinjumpen. Okay. Spinjumpen wenn die. Wenn die. Plattform weg ist. Okay. Okay. Spinjumpen wenn die. Plattform weg ist. Und dann hier voll durchziehen. Okay. Okay. Das machen wir jetzt so. Das machen wir jetzt so. Natürlich. Was ist hier jetzt wieder falsch? Kann ich da überhaupt Spinjumpen? Ich muss da Spinjumpen können. Es ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Dass ich hier im Baumeistermodus bin. Und jetzt. Und oh ne. Jetzt kommt so ein Scheiß. Aber da weiß ich auch nicht was ich tun muss. Ehrlich gesagt. Okay. Was muss ich hier tun um das zu schaffen? Darauf zurannen. Werfen und dann reinrutschen. Ich gehe jetzt einmal aufs Klo. Und dann. Dann geht es hier weiter. Okay. Okay Leute. Ich fühle mich bereit. Das war gut. So. Jetzt Spinjumpen. Jawohl. Okay. Aber ich habe Zeit verloren. Nein. So. Hier rein. Jawohl. Weck diese Pflanze. Ah. Okay. Ein neuer Versuch hier. Und bitte kein Piranha-Pflanzenbetrug. Was soll diese Scheiße? Okay. Spinjump. So. Piranha-Pflanze. Okay. Okay. So. Jetzt rutschen. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. 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 Wird das der Versuch? Wird das der Versuch? Der Rest ist nicht schwer. Eins. Zwei. Drei. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. So. Jetzt kommt ja kein Sprung mehr. So. Und habe ich jetzt wirklich die Toleranz-Sekunden? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber es sieht gut aus. Das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Aber ich bin noch nicht im Ziel. Aber ich bin im... Doch. 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 Ich bin im Ziel. Ich bin im Ziel. Leute. Leute. Jawohl. Oh. Oh. Jetzt kann ich in Frieden ruhen. Ich habe es geschafft. Good game, Leute. Good game. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. G fucking G. Jetzt habe ich das endlich mal gemacht, dieses Level. Ne? Jetzt habe ich es endlich gemacht. Ich habe es geschafft.